Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Jump World. Heute wieder mit der Map des Tages von gestern. In diesem Fall ist es Greif von Nyx Einhorn. Und wie ihr seht hier, liebe Hireno, hier ist auch schon neugierig und ist einfach mal reingejoint. Wie gibt dich nach draußen? Okay, ich bin natürlich gespannt mal wieder, was es hier mit dieser Map auf sich hat. Es sind auch keine Kristalle versteckt, das heißt, wir müssen nach nichts suchen. Und ich bin einfach mal gespannt, was es hier mit auf sich hat. Ein neuer Auftrag wartet auf dich, weil ich, dein Greif, wartet nicht lange. Mein Greif? Okay. Ups. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn ich im First Try rübergekommen wäre. Yes, gut. Ab ins Portal. Oh! Ein Greif! Oh mein Gott! Der sieht cool aus! Oh mein Gott! Meiner, 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 mein Greif! Schnell, wir müssen zum Greifen, Leute! Ui! Übrigens, heute gegen 10 müsste ein Video online gekommen sein. Guckt euch das mal an. Das wäre wirklich sehr interessant. Und, äh, ich würde mich freuen, wenn ihr da auch Interesse dran habt. Was ich noch mal kurz noch in einer Folge erwähnt habe, für die, die es eventuell nicht mitbekommen haben. Warum kann man den Sprung denn nicht machen? Bin ich doof? Ne, das ist nur sehr knapp, okay. Wow. Aber der sieht cool aus, der Greif. Den nehme ich mit nach Hause. So, hier ran. Hier ran. Hier ran. Hier nach rechts müssen wir. Finde das Ziel. Ah, okay. Das ist hier also irgendwo versteckt auf dem Greifen oder was? Wie komme ich da denn ran? Wie komme ich da denn ran? What the hell? Ah. Dankeschön. Danke. So. Das war wirklich ein sehr schöner Map, muss ich sagen. Der Greif war sehr, sehr schön gestaltet. Das Schwierigste war jetzt im Endeffekt, das Ziel zu finden. Ähm, aber ich finde den, ich finde den Greif echt cool. Darauf kommt es ja an, hier, dieser Map. Schätze ich mal. Aber den finde ich echt cool. Von Weiten, glaube ich, ist es sogar noch schöner, als so ganz nah dran zu fliegen. Aber den hat es echt cool gemacht. Deswegen ist es für mich, glaube ich, okay, glaube ich. Ja, aber der Greif, der ist echt gut geworden. Muss man jetzt einfach mal sagen. So. Und was mich jetzt noch drin zu sehen würde, wäre natürlich mal wieder die Top-Liste. Ich meine hier, so kurz wie das Jump'n'Run war, würde es jetzt wieder irgendjemanden geben, der natürlich die eine Minute geknackt hat. Ja, 30 Sekunden sogar. War das so klar. Natürlich war ich viel zu langsam. Der Hierelio ist, glaube ich, gar nicht drin. Nee. Ähm, okay, Leute. Würde ich sagen, das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde mich sehr über die Wettung freuen. Danke schön, Hierelio, fürs Mitspringen. Ähm, wie gesagt, heute um 10 müsste ein Video online gekommen sein. Guckt euch das nochmal an. Und das Jump'n'Run, was ich gestern halt verpasst habe, hole ich nachher noch nach, Leute. Das heißt, es kommt nachher noch ein Video. Ähm, ich hab's gestern einfach nicht mehr geschafft. Wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.